hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video denn wie es natürlich schon verraten hat sind wir heute auf dem weg nach iowa und zwar kaufen wir dort ein auto ich bin selber tatsächlich ein bisschen aufgeregt habe in deutschland schon einige autos gekauft aber wie das ganze in den usa abläuft habe ich jetzt keine ahnung in diesem sinne nehme ich euch heute mit denn das coole ist nämlich ich bin zum flug zur knie flogen heißt also von orlando zuerst nach chicago und von chicago aus jetzt nach cedar rapids iowa und dann haben wir 2200 kilometer wieder als rückweg also ja das wird relativ cooler roadtrip mal sehen was wir alles vom land sehen ich werde euch versuchen so gut es geht mitzunehmen und dann schauen wir mal wo da die reise hingeht ob ich überhaupt mitnehmen dann ist ja auch immer noch so die frage wenn es ein bilder und die ganzen aussagen im internet nicht doch irgendwo täuschen aber sind wir einfach gespannt sind wir positiver dinge der verkäufer mit dem ich da geschrieben hat macht einen ganz guten eindruck und aus dem grund schauen wir dann einfach mal wie das ganze wird was auf alle fälle auch noch ein kleines bisschen stressig ist man ist in einem komplett anderen land leute haben hier komplett andere geflogenheiten die ganzen autoversicherungen sind hier völlig anders die ganzen regularien mit den kennzeichen sind hier völlig anders also ich bin tatsächlich so ein kleines bisschen überfordert mit dem ganzen weil es sind so enorm viele eindrücke das eben manchmal so ein kleines bisschen angst macht also angst macht in dem sinne wenn man einfach nichts verkehrt machen will oder viel mehr weil man ja einfach nicht vergessen möchte weil viele sachen sind ja auch einfach extrem wichtig wie zum beispiel die ganze sache mit den kreditkarten und dem credit score und alles drum und dran aber da werde ich dann auch noch mal ein video drauf eingehen man möchte einfach ja nichts wichtiges auf dem ganzen weg vergessen was ich auch noch ansprechen wollte ich habe so ein kleines bisschen eine überlegung dass man eine kleine videoreihe macht indem man immer so shorts macht also immer informative videos mit fragen die mir zum beispiel bei instagram in der fragerunde stellt die ich dann in solchen videos beantworte dass man halt nicht in 15 oder 20 minuten video macht weil wirklich nur gequatscht wird sondern immer wirklich so themenspezifische kurze videos und wenn jemand selber halt irgendwie in die usa auswandern möchte oder hier urlaub macht also was kann er halt genau solche sachen dann immer mal mit nachschauen und vielleicht auch für sich nutzen schreibt mir also gerne mal in die kommentare ob ihr diese video idee ganz cool findet und dann würde ich sagen geht es doch dann schon bald los mit der ersten fragerunde in instagram und dann sehen wir uns bei den shorts so jetzt sind wir hier in dieser brücke hat sich schon mal der sitz geändert und jetzt geht's los ich bin jetzt hier angekommen und jetzt schauen wir mal jetzt wollte mich der autoverkäufer hier gleich einsammeln ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt was hier auf alle fälle im gegensatz zu florida mal völlig anders ist das klima ich meine ja es sind 2000 kilometer unterschied zu nach hause aber ja das ist halt völlig anders hier hast du nicht so eine spüle wärme sondern du hast halt hier eigentlich hätte ich gesagt genauso temperaturen oder genauso hitze wie in deutschland also tatsächlich so ein kleines bisschen angenehmer weil man sich ja als europäer erst an dieser tropische hitze gewöhnen muss ich glaube da kommt's auto und ja ja double-click this get back alright the stereo system you'll have to display with like to learn it ja okay basically there's apps here ja you can change all these icons down here kind of like an iphone and then here's your controls for your seats ja so air seats heated seats heated steering wheel yeah right here's your passenger stuff yeah when you come to a stop you can backup camera yeah you can do your backup camera while you're dry yeah if you're pulling something oh nice and then you do a 360 camera when you're stopped yeah right irgendwann später okay habt ihr jetzt schon gerade so ein paar kleine sachen mit gesehen ich finde es gut ich denke mal kein schlechter einstieg wir haben hier einen Dodge Ram 1500 Ausbau 2019 in der Limited Ausstattung Limited Ausstattung heißt quasi in dem Fall hier dass er quasi alles hat eine rausfahrbare Seitenstufe ein riesengroßes Navi also du hast hier sämtlichen Fölefant du hast Leder Ausstattung du hast belüftete Sitze du hast hier mit Carbon Lenkrad und alles drum und dran du hast halt hinten 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 einen Haufen Platz du hast halt auch hinten denn habe ich noch nie bei einem Fahrzeug gesehen dass ein Auto hinten belüftete Sitze hat außer bei der S-Klasse Wahnsinn die gehen halt auch unnormal dann hat das Ding noch sowas wie dass du halt deine die Klappe hinten elektrisch runter machen kannst warte also ich habe quasi hinten drinnen Knopf dass die Klappe elektrisch runter geht ja was hast du noch eigentlich jetzt nicht nicht so viel weiter vieles haben wir uns einfach noch nicht gefunden was ich halt am geilsten finde sind diese Side Steps die rausfahren dass man sich immer nicht so innen abmühen muss naja und ansonsten ein paar große Reifen drauf für ordentlichen Fahrkomfort und wie das bei einem Pickup natürlich immer so ist ist die Lieblingsbeschäftigung tatsächlich tanken ne Spaß hier geht es tatsächlich 12 Gallonen und ich bezahle jetzt für den Liter 3 Dollar 18 also ich glaube 60 Cent für den Liter ist völlig entspannt das ist die Lieblingsbeschäftigung das ist die Lieblingsbeschäftigung das ist die Lieblingsbeschäftigung mit your bitches in the house and sniffing up coke you living in the fixin of home I give a So mal kurz einen kleinen Stop gemacht und ihr wisst ja hungrig fährt sich der beschissensten Auto erst recht wenn man noch 15,5 Stunden und 1700 Kilometer vor sich hat deswegen weil ich gerade fix bei Pizza und auch mal im Walmart haben wir nochmal schnell was zu trinken geholt und zu essen für die Nacht weil ich eigentlich ganz guter Dinge bin, dass ich jetzt die Nacht durchfahren werde ja, schauen wir mal also, weiter geht's wir sind jetzt mittlerweile in Kentucky angekommen wieder am tanken und ich muss tatsächlich sagen man kommt mit in der Tankfüllung so circa 750, 800 Kilometer was ich nicht verkehrt finde für 5,9 Liter und der Tundra, wenn ich mich richtig erinnere mit dem bin ich mit 100 Litern ich glaube der hat auch im 100 Liter Tank immer so um die 500, 550 Kilometer gekommen das ist halt hier übelster Vorteil, dass der halt diese Zylinderabschaltung hat heißt also, wenn der so im Eco-Modus ist also einfach auf der Autobahn vor sich her fährt dann schaltet der vier Zylinder ab heißt also, von den acht Zylindern fährt er nur noch vier und ja, also es lässt sich gut fahren, macht Spaß Ich bin tatsächlich immer noch von Tour, man möchte es kaum denken und wir haben einfach noch 960 Kilometer und 8 Stunden 43 zu fahren was hier tatsächlich relativ komisch ist, dass man das Gefühl, man kommt eigentlich nicht voran weil die LKWs hier genauso schnell fahren dürfen, wie auch die PKWs heißt also, wir haben jetzt hier gerade 70 Meilen pro Stunde, die du fahren darfst das entspricht ungefähr 120 kmh so und stellt euch mal vor, was in Deutschland los wäre wenn die LKWs 120 fahren Wild Guten Morgen, liebe Freunde und ihr seht, ein neuer Tag ist angebrochen sitze wieder im Auto ich bin sehr gespannt, wie ich dieses Video hier schneide ich habe da tatsächlich noch keine Ahnung, ob das einigermaßen interessant für euch wird Fakt ist, wir sind jetzt in Georgia und wir sind ein bisschen oberhalb von Atlanta also gleich in Atlanta und wir haben jetzt noch 747 Kilometer und exakt 7 Stunden bis nach Hause zu fahren Ja, also, ich werde jetzt hier nicht noch unendlich viel Zeitraffer rin machen von den Straßen weil man sieht halt irgendwie eine Schneue Ich hoffe, ihr habt das Video trotzdem ein bisschen gefeiert Als nächstes Video werden wir nämlich auf alle Fälle die Roomtour machen von unserem neuen Haus dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dem Rest des Videos und dann sehen wir uns Jetzt bin ich tatsächlich auch endlich angekommen War auf alle Fälle ein Ritt Man hat doch relativ viel coole Sachen gesehen, muss ich sagen aber ich muss das jetzt auch nicht allzu oft haben Ich bin 이런, impresion Name going So ganz schön, süßrontiefre пропelt Prä just